Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und das hier ist eine weitere Episode unseres Programmieren-Lernen-Podcasts. In der heutigen Episode des Programmieren-Lernen-Podcasts möchte ich mal ein paar Tipps an Solo-Entwickler geben. Also an die Entwickler, die komplett alleine an ihrem eigenen Programm arbeiten und versuchen etwas Großes, Umfangreiches selber zu entwickeln. Die Softwareentwicklung ist ein sehr, sehr umfangreiches und komplexes Themengebiet und wenn man selber eine eigene Software entwickelt und das komplett auf eigene Faust, dann muss man sich wirklich alleine um sehr, sehr viele verschiedene Dinge kümmern. Zum Beispiel um das Design der Software, um die grafische Benutzeroberfläche der Software, also um die Bedienbarkeit, um die ganze Backend-Logik im Hintergrund. Um sehr, sehr viele verschiedene Dinge muss man sich kümmern und ja, es sind sehr, sehr viele Systeme, die in einer Software auch zusammenarbeiten müssen und diese ganzen einzelnen Systeme muss man dann ja entsprechend auch selber entwickeln. Man nimmt sich also sehr viel vor, wenn man eine eigene Software wirklich komplett auf eigene Faust schreiben möchte. Natürlich kommt es auch immer darauf an, wie umfangreich diese Software wird oder was für eine Art von Softwares wird. Ein Spiel zu entwickeln ist jetzt natürlich weitaus umfangreicher und komplizierter als einen eigenen Taschenrechner zu entwickeln oder sowas. Aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen sollte man meiner Meinung nach ein paar Tipps einhalten, um sich das Solo-Developing wirklich so angenehm wie möglich zu gestalten. Und diese Tipps möchte ich dir heute mal geben. Der erste und meiner Meinung nach auch wirklich wichtigste Tipp, den ich jedem Solo-Entwickler geben möchte, ist der, dass man zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung nicht das gesamte Projekt vor sich sehen sollte, sondern dass man wirklich das Projekt in mehrere Teilprojekte, sage ich mal, aufteilen sollte, also in kleine Teilprobleme aufteilen sollte und diese einzeln angehen sollte, ohne dass man jetzt sich die ganze Zeit vor Augen hält, was man denn noch alles machen muss. Wie bereits gesagt, Software ist sehr, sehr komplex und da kommen viele verschiedene Systeme zusammen, die miteinander arbeiten müssen, um eine Gesamterfahrung für den User zu bieten. Und diese verschiedenen Systeme kann man nicht alle auf einmal entwickeln. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass man sich von Anfang an einen Plan macht und sich überlegt, was für Teilaufgaben man denn überhaupt hat. Was für Dinge muss man an einem Projekt alle entwickeln? Was für Systeme muss man implementieren? Und die sollte man dann auch wirklich einzeln durchgehen. Das ist wichtig, dass man das im Vorfeld auch plant, was man denn alles überhaupt entwickeln muss. Aber dann sollte man, wenn man diese verschiedenen Teilprobleme identifiziert hat, sollte man die einzeln wirklich durchgehen, sich wirklich nur auf diese fokussieren und nicht die ganze Zeit über das ganze Projekt nachdenken. Das ist wirklich extrem demotivierend. Das sorgt dafür, dass man oft einfach den Fokus verliert, denn das ist auch ganz wichtig. Man sollte auf das fokussiert sein, was man gerade machen muss. Das sind jetzt nicht irgendwelche anderen Teilprobleme, sondern das ist das Teilproblem, an dem man gerade aktiv arbeitet. Und das ist meiner Meinung nach wirklich ganz, ganz wichtig. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, dass man so auch beim Soloentwickeln vorgeht. Denn sonst passiert es meistens so, dass man einfach den Faden verliert, gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich war, gar nicht weiß, wie der aktuelle Stand von den verschiedenen Teilsystemen ist und dass man dann auch allgemein demotiviert wird, weil es einfach alles viel zu kompliziert wird. Das ist also mein Tipp Nummer 1. Teil dir dein Projekt in mehrere Teilprobleme auf, in mehrere Teilaufgaben und identifiziere diese erstmal. Und wenn du das gemacht hast, dann geh die Schritt für Schritt durch und seh nicht die ganze Zeit das Gesamtprojekt vor dir. Das demotiviert, wie gesagt, sehr und sorgt dafür, dass man nicht wirklich effektiv arbeitet. Mein Tipp Nummer 2 ist auch ein sehr, sehr wichtiger für jeden Solo-Developer. Und zwar lautet dieser, dass man sich nicht zu sehr mit seinem Projekt stressen sollte, man es aber auch nicht zu lässig angehen sollte. Das ist ein bisschen schwierig, hier die richtige Balance zu finden. Aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man diese findet. Denn wenn man das nicht tut, arbeitet man ineffektiv. Wenn man sich zu sehr stresst, wird man ineffektiv. Wenn man zum Beispiel keine Pausen macht, das ist auch ganz wichtig, macht Pausen beim Entwickeln. Wenn man sich nicht mal einen Tag vom Projekt distanziert. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich arbeite Vollzeit unter der Woche, dann sollte man nicht noch am Wochenende an seinem Projekt arbeiten. Oder wenn man es andersrum macht, wenn man wirklich das Ganze viel zu gechillt angeht. Wenn man sagt, ja, ich mache jetzt mal drei Tage Pause und jetzt wollte ich heute Abend eigentlich an dem Projekt arbeiten, aber jetzt gehe ich doch grillen oder irgendwie sowas in diese Richtung. Da sollte man auch nicht zu lässig sein. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man hier die richtige Balance findet und dass man sich auch das selber wirklich vor Augen hält, dass zu viel Arbeit einen ineffektiv macht, aber auch zu wenig Arbeit natürlich sehr ineffektiv ist. Also, ja, da ist es ja logisch. Und ich sage das Ganze nur, weil ich das auch aus eigener Erfahrung kenne. Ich hatte schon extreme Phasen, in welchen ich mich für meine eigenen Projekte extrem gestresst habe. Da habe ich mich dann wirklich sehr unter Druck gesetzt und habe an jedem Tag der Woche daran gearbeitet und das viele, viele Stunden. Das hat irgendwann dafür gesorgt, dass ich einfach gar nicht mehr konnte und total die Lust an dem Projekt verloren habe, an dem ich da dann gearbeitet habe, weil ich einfach viel zu gestresst davon war und dann irgendwann gar nichts mehr davon sehen wollte. Und andererseits ist es mir auch schon passiert, dass ich manche Projekte viel zu lässig gesehen habe und das Ganze viel zu lange schleifen lassen habe. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass es dann natürlich nichts geworden ist, weil ich das dann natürlich nicht ernst genug genommen habe und, ja, entsprechend passiert dann natürlich auch nichts und man macht keine Fortschritte. Das ist also wirklich wichtig, dass man sich da auch Gedanken drüber macht, dass man auch wirklich sagt, okay, ich stresse mich nicht zu sehr, aber ich lasse es auch nicht schleifen. So, und an dieser Stelle war es das dann auch mit meinen Tipps für Solo-Entwickler. So, und falls du jetzt noch ein Programmieranfänger bist und die Programmiersprache C-Sharp oder die Programmiersprache Java lernen möchtest, dann guck mal in die Videobeschreibung, denn da haben wir unsere C-Sharp Programmieren und Java Programmieren Masterkurse verlinkt. Das sind zwei sehr umfangreiche Videokurse mit über 19 Stunden Videomaterial jeweils, in welchen du alles über die entsprechende Programmiersprache lernst, was du wissen musst, um damit deine eigenen Programme zu schreiben. Die Kurse beginnen wirklich bei den ganz einfachen Grundlagen, selbst ohne Vorkenntnisse kann man damit anfangen und gehen dann bis hin zu den fortgeschrittenen Themen. Dazu gibt es Übungsaufgaben mit Musterlösungen und natürlich gibt es auch PDF-Zusammenfassungen für alle Module, sodass man das Ganze dann auch nach den Videos immer schriftlich nochmal wiederholen kann. Falls das interessant für dich klingt, dann schau mal in die Videobeschreibung, wie gesagt, da gibt es mehr Informationen zu. In diesem Sinne war es das jetzt mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen regelmäßig neue Videos wie dieses hier und wenn das genau dein Ding ist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.